Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge QSO4U TV. Heute mit dem Thema Telekom Drossel das Internet. Wie schnell ist die Telekom Drosselung wirklich? Ja, zuerst schauen wir uns das Ganze mal ungedrosselt an. Wir haben hier einen 16.000er DSL Anschluss, also 16 Mbit von der Telekom. Machen wir mal kurz einen Speedtest. Derweilen weise ich mal schnell hin auf unsere Artikel, die wir auf unserer Website online gestellt haben. Einmal geht es um die Petition, die Malte Götz, der Proxtube-Entwickler veröffentlicht hat. Die ist mittlerweile so weit gekommen, darüber haben wir heute berichtet, Moment, ich muss den Artikel suchen hier, dass die mittlerweile dem Telekom-Chef vorgestellt worden ist, also die Kiste mit den ganzen Unterschriften, die ihr online eingestellt habt. Ja, schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Wer bis jetzt noch gar nichts davon mitbekommen hat, schaut in die Beschreibung von dem Video. Da sind alle Links verlinkt und da könnt ihr euch dann durchklicken und könnt alle Artikel mal durchlesen. Im Prinzip geht es darum, die Telekom möchte Drosseln und wie mittlerweile klar ist, nicht für alle. Nämlich die für die Zahlen, zum Beispiel, wenn Google an Telekom Geld zahlen würde, dann müsste, ja, dann wäre YouTube zum Beispiel nicht gedrosselt. Das Drosseln ist eigentlich richtig unverschämt, sag ich mal, weil es nämlich auf 384 Kilobit drosselt, wie man hier sehen kann. Also die Drosselung, die ist nicht nur langsam, die ist arschlangsam. Drücken wir es mal so aus. Gut, ich habe das jetzt hier schon mal mit Drosselung gedreht. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich hier schon für unser Video die Drosselung eingelegt habe. Also man sieht hier, man hat einen Download von 0,38 Mbit, das entspricht ungefähr DSL Lite, also unter DSL 1000 und die größte Frechheit ist halt von der Telekom, dass wirklich alle gedrosselt werden sollen. Egal ob einer mit DSL 16000, einer mit DSL 50.000, mit 100 Mbit Glasfaser vielleicht, mit 200 Mbit Glasfaser, die werden alle gedrosselt. Und zwar nicht wie man vielleicht denkt, stufenweise, sondern die werden alle auf die gleiche DSL Geschwindigkeit runtergedrosselt. Ja und vor allem die größte Sauerei ist halt, dass die Telekom Dienste, wie zum Beispiel Entertain, sind davon natürlich nicht betroffen, weil laut Telekom ist Entertain kein, Moment, ich zitiere das ganz kurz mal, Moment, 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 kein Internetdienst. Hier steht es in dem Artikel. Hat der Chef wortwörtlich gesagt von der Telekom, Entertain ist was anderes, ist ja kein Internetdienst. Ist zwar IPTV, aber es ist kein Internetdienst. Gut, da mag er vielleicht prinzipiell Recht haben, aber damit will er ja nur, damit will die Telekom ja nur erreichen, dass ihre eigenen Angebote mehr genutzt werden. Es gibt viele Leute, auch mich zum Beispiel, ich würde gerne Entertain nutzen wegen Liga Total, kann es aber aus technischen Gründen nicht nutzen. Das heißt, für mich ist das alles Humbug und für mich bringt das gar nichts, wenn da einer sich hinstellt und sagt, pass mal auf, ja, ihr könnt ja dann alle IPTV bei uns schauen. Das bringt mir gar nichts, ich kriege das ja gar nicht rein. Das heißt, ich werde ab 75 Gigabyte gedrosselt und kann das Internet de facto nicht mehr nutzen. Das ist voll für den Eimer. Das kann man echt vergessen. 75 Gigabyte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da lädt man ein paar Windows-Updates runter, da schaut man ein paar YouTube-Videos. Dann gibt es noch genügend andere Shareware, die es im Internet gibt. Freeware, also das ist nicht unbedingt die illegalen Sauger, sind davon eigentlich nur sekundär betroffen. Betroffen sind alle, die breitbandig nutzen wollen, vielleicht auch darüber arbeiten wollen. Homeoffice ist auch so ein Stichwort. Sollen die sich jetzt alle jedes Mal nach 75 Gigabyte nochmal 75 Gigabyte kaufen oder irgendwie erhöhen für 10 Euro oder so? Das ist doch Nonsens. Also ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze aussieht, wenn ich auf eine durchschnittliche Website gehe, sag ich mal, und auf eine mit sehr viel Bildanteil. Fangen wir mal an mit der mit sehr viel Bildanteil. Das wird wohl die Bildzeitung sein. Und wie schnell sich da die Website aufbaut. Also wir sehen, es lädt und lädt und lädt und lädt. Und die hat halt einen sehr hohen Bildanteil. Das heißt, das wird wahrscheinlich nur ein paar Sekündchen dauern. Und mir braucht keiner zu erklären, dass man da noch normal surfen kann. Wenn die Telekom sagt, sie würde vielleicht 16.000 DSL-Kunden auf 6.000 reduzieren, würde ich sagen, okay, da kann ich wenigstens noch einigermaßen was machen. Aber mit der Geschwindigkeit, da bin ich ja eingeschlafen. Da gehe ich schneller zum Kiosk, kaufe mir die Zeitung und dann habe ich sie. Zum Beispiel bei der Bildzeitung jetzt. Also das hat er immer noch nicht geladen. Die Webseiten haben immer mehr Werbung. Gerade Bildzeitung, sag ich mal, hat jetzt auch noch ganz groß Flash-Werbung, Video-Werbung, was auch immer. Facebook wollte auch eine Video-Werbung. Ja, wollte auch Video-Werbung reinbringen. Also das ist, das ist auf jeden Fall nichts, wo ich sage, das funktioniert mit dieser Drosselung. Das kann ich vergessen. Und ja, es lädt ja immer noch. Also wir können es eigentlich, können wir das Ganze gleich mal vergessen. YouTube-Videos, das werde ich euch gleich zeigen. Vergesst, YouTube-Videos könnt ihr mit dieser Drosselung nicht mehr angucken. Ihr könnt die vielleicht in 240p angucken. Aber flüssig geht kein Video mehr auf. HD könnte auf seinen Köpfen streichen. Da müsste YouTube, was ich gesehen habe, lustige Karikatur, müsste dann UPS ein, als, als, äh, ja, Video-Format auswählen lassen können. Dass man sich das Ding auf DVD heimschicken lässt. Aber YouTube-Videos, wir können ja mal auf unseren Channel gehen. Auf unseren anderen Channel. Ihr schaut ja gerade QSO4U Tech. Wir gehen mal auf QSO4U TV. Und wir sehen schon, schon allein bis das Kanaldesign aufgebaut ist. Und das dauert ewig. So, wir haben hier einen Opener drauf. Für unser neues Format. Channel of the Week. Wir schauen mal, wie schnell das Ganze anspringt, das ganze Video. Es ist auf jeden Fall nicht schön. Wir werden gleich sehen. Es ist ziemlich lahmarschig. Und, ähm, ja, bis jetzt sieht man ja noch überhaupt nichts. Ich habe hier einen schwarzen Kasten. So, dann schauen wir mal. Wir haben 360p, wohlgemerkt. Mit 360p läuft das noch nicht mal an. Wir warten immer noch weiter. Wir warten immer noch und es passiert gar nichts. So, jetzt langsam lädt da unten mal was. Aber das Video startet immer noch nicht, weil der Puffer immer noch nicht ausreicht. Und jetzt startet es kurz. So, und jetzt hängt es schon wieder. Also, ihr seht, man kann das Video nicht mehr flüssig angucken. Mit 300, 360p. Mit was soll ich es denn dann angucken? Gehen wir halt mal auf, äh, 240p runter. Ich meine, je mehr wir runtergehen, umso schlechter ist die Qualität. Und das sieht man jetzt auch. Also, den Pixelbreit, den möchte ich mir natürlich nicht mehr antun. Also, das kann man vergessen. Und dann diese, sag ich mal, das Ganze, ja, wenn YouTube dafür Geld zahlen würde. Hallo? Also, das ist ja, ich meine, ich bezahle doch auch nicht bei QSO4U Geld an die Telekom, damit die meine Website bereitstellen. Hallo? Wo ist hier die Netzneutralität? Wo kann ich denn sagen, scheißegal, was übertragen wird, alles wird gleich durchgeleitet. Das kann es ja wohl nicht sein. Ich meine, äh, das ist eine Infrastruktur, sag ich mal. Ich kann doch auch nicht sagen, ich habe hier eine Straße und hier dürfen zum Beispiel nur deutschsprachige Leute langfahren. Das kann ich doch nicht machen. Oder hier dürfen zum Beispiel, äh, ja, keine Ahnung, das kann ich nicht bringen. Gut, Straße ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, ne? Also, ich meine, teilweise dürfen ja manche Lastwägen da nicht fahren. Aber, äh, ich meine, wir reden hier nicht davon, dass Privatnutzer mit Lastwägen auf dem Internet rumkurven, sondern wir reden davon, dass der ganz normale DSL-Nutzer, der vielleicht mit seinem Opel Corsa da entlang fährt, um mal bei der Straße zu bleiben, dass der dann gedrosselt werden soll. Das ist ja Quatsch, wenn einer meinetwegen, keine Ahnung, runtersaugt wie ein Blöder jeden Tag 100 GB, verstehe ich es ja. Aber dann nicht sowas. Also, ich finde, das sollte man auch so ein bisschen abwägen, dass man sagt, im Schnitt, wer im Schnitt so einen gewissen Verbrauch hat, dass es auch nichts ausmacht, wenn einer an einem Tag mal ein bisschen mehr Traffic braucht. Das kann ja mal passieren. Windows-Updates kommen raus oder was auch immer. Also, ich finde, das sollte man ganz individuell regeln. Liebe Telekom, denkt nochmal drüber nach. Ich meine, wie gesagt, ihr könnt das regulieren. Das ist okay, sage ich. Ich meine, viele wird es dann natürlich, wie kann der das okay finden? Ich meine, klar, man muss ja irgendwie alles ein bisschen regulieren und vor allem euer Backbone platzt sonst aus allen Nähten. Aber man muss das sinnvoll regulieren. Und vor allem der Backbone hat noch Reserven. Aber deswegen, sage ich, reguliert es, weil der Backbone soll natürlich für weitere Kunden, die im Umkehrschluss, sollt ihr natürlich neue Netze ausbauen, ganz klar, und dann wird der Backbone ja auch wieder belastet. Also, ihr baut neue Netze aus und dann könnt ihr von mir aus ein bisschen drosseln, aber vernünftig, sage ich mal. Und das Ganze dann auch statistisch, das heißt, wenn jemand in der Woche zweimal an zwei Tagen einen großen Traffic aufgebot hat, dann ist es egal. Wenn das allerdings an sieben Tagen in der Woche ist, dann sollte man vielleicht doch nachgucken, was da los ist und dann vielleicht doch drosseln. Aber das muss abgeweckt werden und nicht sowas. Also, das ist wirklich unter alle Sau. Ihr seht ja, also das macht überhaupt keinen Spaß. Wir gehen jetzt zum Beispiel mal auf Spiegel.de, Spiegel Online und dann seht ihr mal, wie zum Beispiel eine, sage ich mal, eine einigermaßen normale redaktionelle Seite aussieht. Da ist jetzt der Textanteil ein bisschen höher als bei der Bild, um das Ganze mal abzuschließen. Schreibt vielleicht auch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht zu dieser ganzen Telekom-Geschichte. Das Traurige ist halt, ihr könnt, selbst wenn ihr wechselt, könnt ihr nichts machen. Die Telekom, denen gehören die Leitungen, das heißt, die können und werden wahrscheinlich die Drosselung auch an die Anbieter, wie 1&1, die eigentlich nur Reseller sind von den eigenen Leitungen, an die werden sie das Ganze wieder abwälzen. Das heißt, früher oder später wird 1&1 auch drosseln, die brüsten sich jetzt alle. Ja, wir drosseln nicht, aber nicht drosseln oder nur, unabhängig sind eigentlich nur Netzbetreiber, wie Telekom, Kabel Deutschland hat eigene Netze zum größten Teil, Unity Media zum Beispiel, manche Stadtwerke haben ihre eigenen Glasfasernetze. Da ist man vielleicht noch unabhängig, sag ich mal, aber die Telekom, denen gehört halt nun mal in Deutschland das Telefonnetz. Da muss man sich mit abfinden. Und die paar Leitungen, die da jemand anders gehören, die sind fast zu vernachlässigen. Und gerade in, sag ich mal, die Käfer ganz außerhalb der Städte, da liegt sowieso nur Telekom. Zu 99,9% liegt da nur Telekom. Und das ist genau das Problem. Also wer jetzt gerade mal aufgepasst hat, der sieht, dass Spiegel Online etwas schneller lädt, aber es ist halt immer noch nicht die Welt. Und wir hoffen einfach mal, dass die Telekom das nicht durchbringt. Unterschreibt die Petition, wenn es noch was bringt. Ich meine, viele haben ja auf unserer Facebook-Seite geschrieben, das bringt nichts, die Petition. Er hat trotzdem was gebracht. Ihr habt doch gesehen, der Malte Götz war beim Telekom-Chef von Deutschland. Hallo? Jemand, der so eine Petition aufmacht, also das ist doch was. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Und die Telekom kann auch nicht behaupten, dass es ihnen an dem Allerwertesten vorbeigeht. Weil sonst hätten sie kaum gesagt, hier Malte Götz, komm mal vorbei. Also das hätten die kaum gesagt. Also so muss man das auch mal sehen. Also denen geht langsam hoffentlich auch der Arsch auf Grundeis. Ich hoffe es mal. Weil damit sollte man echt nicht durchkommen. Gerade, sag ich mal, was Echtzeitkommunikation angeht. Wir haben jetzt gerade YouTube gesehen. Wir haben jetzt gerade mal Bild.de gesehen. Aber wir haben gerade noch kein Online-Gaming ausprobiert. Weil mit DSL Lite kannst du auch nicht vernünftig online zocken. Kannst vergessen. Oder wir haben auch noch nicht angeguckt, wie sieht es denn mit Voice over IP aus. Natürlich die Telekom Voice over IP geht. Das ist klar. Wenn du über Telekom deinen Voice over IP betreibst. Aber wie sieht es aus zum Beispiel, wenn du über SipGate betreibst. Oder wie bei QSO4U über TeamSpeak oder Mumble. Kannst du vergessen. Du kannst nicht mehr normal mit jemandem reden gegenüber. Weil es alles gedrosselt ist. Also da muss man sich dem schon mal im Klaren sein. Dass das einfach nicht mehr möglich ist dann. Und ich hoffe mal, dass die Proteste noch ein bisschen andauern. Das Image ist auf jeden Fall schon beschädigt von der Deutschen Telekom. Und ja, zu Recht auch. Muss man auch wirklich sagen. Also wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wie gesagt, schaut mal auf unsere Website. Vielleicht für unsere Zuschauer auf YouTube ganz interessant. Wir stellen auf unserer Website auch regelmäßig aktuelle Blog-Einträge und Artikel hoch zu IT-Themen, zu Gaming-News. Schaut öfters mal vorbei. Ihr könnt es über Twitter abonnieren. Ihr könnt es über Facebook abonnieren, über Google+. Dann verpasst ihr auf jeden Fall gar nichts mehr. Gut, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Euer Steffen Kolb von Kurs O4U TV. Dieses Video wird dir präsentiert von Schmidbauer Werbung, dem zuverlässigen Partner für Grafik, Media Design, Digitaldruck, Siebdruck und Beschriftungen. Mehr Informationen zu Schmidbauer Werbung unter www.schmidbauer-werbung.de Schmidbauer Werbung unter www.schmidbauer-werbung.de